grüß gott und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing video von test.net heute habe ich immer wieder mal was von jbl mitgebracht wer fleißig die videos geschaut hat weiß ganz genau dass jetzt so ein jbl marathon geben wird und heute haben wir einmal den pro crystal uvc 36 watt und einmal ein kupplungsstück von jbl könnt ihr es gerade mal anschauen weil den würde ich dann halt am liebsten wieder zur seite packen ist halt ein kupplungsstück und nichts weltbewegendes aber weiteres findet ihr auf test.net und ich packe jetzt mal gerade mal das paket aus so meine damme und hin hier habe ich die bazooka in der hand ach was spaß und wie schaut ist es auch sehr professionell gehalten ist sehr simpel gehalten ihr habt ihr ein sehr langes kabel und wie ihr schaut ist auch sehr sauber verarbeitet worden und hier sind auch ein knopf mit close open und hier kann man das auch zuschließen also hier close und open ist vielvoll verhalten passt auf jeden fall in jedes aquarium rein hier befindet sich noch mal eine montageanleitung dann könnt ihr in wenigen schritten rauslesen was da getan werden muss und hier befinden sich noch die zusatz komponenten und kleinteile des weiteren habe ich noch einmal für euch hier die bedienungsanleitung solltet ihr auf jeden fall durchschnuppern bei solch einem produkt und weitere informationen und details findet ihr auf test.net oder besucht einfach die homepage des herstellers in dem sinne wünsche ich euch noch einen schönen abend bis dann tschüss bis zum nächsten Mal